Joker. Der Joker kann für alles eingesetzt werden, aber Manu wollte, dass er ein kleines, steiles und schon anbruchsvolles Abhilfsstück meistern und das so langsam wie möglich. Sollte nicht gerade unsere Glanzstunde werden, aber ne geile Idee. Ok, auf die Plätze, fertig, los. Ich hätte gar nicht so weit vorlaufen. Ja, ok. Sechs Regeln mit acht. Willst du nochmal? Weil's bei einem so schlecht lief, haben wir direkt gesagt, man hat zwei Versuche. Der Punkt geht an Sophie, sie hat's als einzige überhaupt hochgeschafft. Sollte nicht die Laufelfsstück. Sollte nicht die Laufelfsgabe aufgehen undvenue auf dem Weg. Vielen Dank.